Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steinders wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Sie bleiben im Raum, Keitel, Jusel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner, das war ein Befehl zu widerspeichern! Oh, meinst du das einfach, Gettel? Der Minister hat mich verlogen! Der Minister hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niedersträchtiger Freude unter Feindlingen! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich sage Feindlinge, Verräter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist ein Geschmacks des ganzen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer gabel hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur verhindert! Es hat mich gehen, nur als wichtiges Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kump daran getan, von Jahren alle Höroffiziere registriert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein aus mich das Geld, ganz Europa, erobert! Verräter, von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, dürfen Sie sich bewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und Sie, was Sie sind mit dem, was Sie sehen, wie sie sehen, wie sie sehen, wie sie sehen, wie sie norms also sehen, wie sie kommen sie sehen.